Josef Pieper noch wusste es niemand. Die Jahre 1904 bis 1945. Erschienen 1976. Gelesen 2017. 1a Vorbemerkung über das Nicht-Erinnerbare. Zu Anfang, bevor man noch eine Zeile niedergeschrieben hat, sieht es so aus, als gäbe es Wunderwas zu berichten und als werde man nie an ein Ende kommen mit dem Erzählen. Und es ist ja auch wirklich mancherlei mitzuteilen, was der Rede wert sein mag, aber dann, nach einer Weile, macht man eine eigentümliche Erfahrung. Ich jedenfalls habe sie gemacht. Die Erfahrung hat zwei Gesichter, genauer gesagt zwei Stufen. Die erste Stufe ist, dass man eines Augenblicks weiß, es wird einem niemals gelingen, den eigentlichen Schatz, um dessen Wille man überhaupt in das Bergwerk hinabgestiegen ist, wirklich ans Tageslicht zu holen. Zwar sieht man immer deutlicher, wie jede Begebenheit des Lebens ihre besondere Farbe, vor allem ihre Musik, ganz und gar von jenem versiegelten Grunde her empfängt. Aber er selbst bleibt unerreichbar. Die Tür der letzten Kammer tut sich nicht auf. So tief dringt die Erinnerung nicht vor, außer vielleicht im Traum. Der Mensch ist eine unaussprechliche Existenz. Nach und nach aber wird einem noch etwas anderes klar, eine andere Grenze für das Berichten und Erzählen. Ich meine nicht die Scheu, von dem Privaten und Intimen des Daseins zu sprechen, des Eigenen wie des Fremden. Denn ohnehin wäre es mir nie in den Sinn gekommen, davon etwas hervorzukramen. Es gibt wenig Dinge, die mir so zuwider sind, wie die plebäische Indiskretion der modischen Literatur. Nein, es handelt sich um etwas anderes. Es handelt sich noch einmal um jene verborgene Lebenswurzel selbst. Auch wenn sie wirklich vor den Blick zu bringen und beim Namen zu nennen sein sollte, auch wenn in dem dichten Geflecht von äußerem Geschehen und eigenem Tun von Geschenk und Verhängnis plötzlich für die Dauer eines Blitzes das geheime Muster, der Plan, den man hinter alledem ja ahnt, sichtbar würde, sichtbar und auch sagbar, in deutlicher Rede zu beschreiben, man würde dennoch, dessen ist man ziemlich sicher, nichts davon verlauten lassen, nicht ein Sterbenswörtchen. Unversehens zeigt sich das, was man nicht kann, völlig im Bunde mit dem, was man nicht will. Andererseits wäre vielleicht, ohne diese durch Schweigen ausgesparte, formgebende Mitte der Versuch eines Lebensberichtes kaum von Belang. Eins auf der Orgelbank Im vorletzten Jahr des vergangenen Jahrhunderts, es war genauer gesagt Ende Februar 1899, setzte nach einer umständlichen Eisenbahnfahrt ein junger Lehrer, drei bis vier Wochen zuvor großjährig geworden, zu guter Letzt mit dem Fährboot über die Ems und gelangte so in das münsterländische Dorf Elthe, um dort seine erste Stelle anzutreten. Er kam frisch vom Lehrerseminar in Bühren. Sein Reisegepäck machte ihm nicht allzu sehr zu schaffen. Mehr als einen Anzug und etwas Wäsche hatte er gewiss nicht im Koffer, immerhin wahrscheinlich die 13 Bände, der um 1820 gedruckten Schiller-Ausgabe, die heute auf meinem Bücherbord stehen. Dagegen bin ich durchaus nicht sicher, ob er wohl einen Mantel besaß. Vermutlich ist er schon am Tage der Ankunft dem Mädchen begegnet, dass wenige Jahre später seine Frau und meine Mutter werden sollte. Diese eben der Schule entwachsene, spröde Dorfschöne zwischen 14 und 15 hätte er wohl überhaupt nicht leicht übersehen können, aber nun war sie zufällig die Tochter jener Witwe, in deren Gasthof der neue Lehrer regelmäßig eine Mahlzeit nahm. Merkwürdig, wie der Tod eines nahverbundenen Menschen uns mit einem Schlag in den Stand setzt, sein Bild völlig neu, mit vielleicht unbefangeneren, gewaschenen Augen zu sehen. So kam mir wenige Tage nach dem Begräbnis meiner Mutter, die 80 Jahre alt geworden ist, wie zum ersten Mal ein Foto zu Gesicht, das sie als 17-Jährige zeigt, als einen Backfisch, der die Nase ziemlich hoch trägt und dem man es wohl zutraut, dass ihm das rasche Wort auch einmal auch eine Spur zu heftig vor Munde gegangen sein mag. Vor dem jungen Fremden allerdings hat sie, so scheint es, eine seltsame Scheu befallen. Einmal, als er unvermutet ins Haus trat, ist sie, weil er sie immer so merkwürdig ansehe, sogar in den Durk gekrochen, einen in die Wand eingelassenen Bettschrank, worin sie und ihre jüngere Schwester des Nachts schliefen. Jedenfalls habe ich eine Magd diese Geschichte erzählen hören, die sicher nicht für meine Knabenohren bestimmt war. Sehr lange freilich kann jene wilde Abwehr nicht vorgehalten haben. Es ging nämlich so aus, dass meine Mutter noch nicht 19 Jahre alt war, als der Dorfschulmeister sie mit auf die Hochzeitsreise nahm, an den Rhein, den sie beide noch nie gesehen hatten. Für meinen Vater, den auf Jahre hinaus einzigen Lehre des Dorfes, ist es sicher keine leichte Sache gewesen, überhaupt Fuß zu fassen in diesem weltverlorenen Nest, zwischen gelben Sanddünen vergraben, die seltsamerweise noch immer wanderten und die Birken und Kiefern manchmal bis hoch ins Geäst zudecken. Nicht nur denken und reden die Leute hier noch bedächtiger als sonst in Westfalen, so dass man mit ihnen wohl etwas mehr als den berühmten einen Schöffel Salz verzehrt haben muss, bevor man mit ihnen warm wird. Sogar ihre Sprache ist für den aus dem Paderbornschen Stammenden erst noch zu lernen. Den Hecht aus der Ems zum Beispiel nennen sie einen Snoog. Es heißt aber nicht Aber, sondern Patt. Und wenn einer wissen will, wie spät es sei, dann sagt er Wulatisset. Genauso habe ich da natürlich gleichfalls gesprochen. Dies ist, obwohl wir Lehrerskinder eigentlich nur Hochdeutsch reden sollten, meine erste und im besonderen Sinne meine Muttersprache, buchstreblich die Sprache meiner Mutter und ihrer ländlichen Welt, während meinem Vater, wenn er mit den Bauern oder auch mit seiner Frau Plattdeutsch sprach, zeitlebens ein fremder Akzent anzumerken blieb. Eines Tages, also am 4. Mai 1904, kam ich zur Welt. Später hat meine Mutter hin und wieder erzählt, es sei um die gleiche Mittagstunde ein mächtiges Frühlingsgewitter niedergegangen. Insgeheim dachte sie vielleicht damals, das könne wohl für die Zukunft des Erstgeborenen etwas zu bedeuten haben. Nicht, dass sie mich im Übrigen etwa verwöhnt hätte. Überhaupt ging es auf dem Dorfe, aber auch bei uns zu Hause ziemlich karg und schweigsam zu. So kann ich zum Beispiel mich nicht erinnern, jemals von meiner Mutter geküsst worden zu sein. Das war einfach nicht der Brauch. Andererseits zeigen die frühen Kinderbilder im Familienalbum fast einen kleinen Kronprinzen. Da throne ich etwa, knapp ein Jahr alt, auf einem runden Wirtsgartentisch vor dem Hintergrund der Grotte, die der Vorgänger meines Vaters in unserem Garten aus halbvermoderten Baumstümpfen kunstvoll aufgebaut hatte. Neben mir sitzt mich stützend im Festtagskleid und mit hoch aufgetürmter Frisur in die Mutter. Auf der anderen Seite leicht wilhelminisch aufgezwirnten Schnurrbartes mein Vater, der die lange bis auf den Boden reichende Pfeife raucht. Noch dem Fünfjährigen fällt, wie spätere Fotos bezeugen, das wohlgekämmte Blondhaar fast bis auf die Schultern herab. Und sein Sonntagsanzug ist aus dunklem Sand. Auch im Dorf genießt natürlich der Älteste des rasch beliebt gewordenen Schullehrers eine besondere Publizität. Zudem sieht man ihn des Sonntags neben dem Vater auf der Orgelbank prangen. Vor allem aber verbringe ich meinen Tag fast weniger zu Hause als auf dem Hof meiner Großeltern, der an der Hauptstraße liegt. Und auch in ihrer Wirtsstube bin ich wohl bekannt. Meine Großmutter ist nämlich nicht Witwe geblieben. Sie war schon selber die zweite Frau ihres Mannes gewesen, des Vaters meiner Mutter, der dann plötzlich durch einen Sturz aus der Luke des Dachbodens zu Tode kam. Meine Mutter, elf Jahre alt damals, wurde rasch aus der Schule zu dem Sterbenden geholt. Nach fünf bis sechs Jahren der Witwinschaft aber brauchte die Bauernwirtschaft, wie auch der Ausschank einfach wieder, ein Mannsbild im Haus. Und so heiratete auch sie, die Fünfzigerin, zum zweiten Male. Für den Mann aber, einen um viele Jahre jüngeren Bauernsohn, der also keine eigenen Kinder mehr zu erwarten hatte, muss es ein wahres Schicksalsgeschenk gewesen sein, unversehens in seinem Hauswesen ein aufgewecktes Kind heranwachsen zu sehen, das ihn, den kaum 35-jährigen, Großvater nannte. Und für mich war er das natürlich auch. Dieser Großvater fiel in mancher Hinsicht ein wenig aus dem Rahmen dessen, was sonst im Dorfe üblich war. Zum Beispiel macht es ihm einen Riesenspaß, wieder das höhnische Misstrauen der Bauern, den Effekt der künstlichen Düngung zu demonstrieren, in diesem Falle übrigens verbündet mit meinem Vater. Überhaupt hatte er ein leidenschaftlicher Zeitungsleser eine Schwäche für alles Neumodische. Dabei war wohl auch ein Zug von Projektenmacherei im Spiel. Von Politik zu reden, liebte er über die Maßen, und bei solchem Anlass, wie auch wohl sonst, nahm er den Mund recht gerne voll. Ich entsinne mich noch meiner unendlichen Bestürzung, als ich argloser Ohrenzeuge eines Gesprächs zweier Nachbarn, den eigenen Großvater, einen Aufschneider nennen hörte, einen Prahlhans. Mir jedenfalls war er ein großartiger Spielgefährte. Er nahm mich mit auf den Acker zur Feldarbeit, wobei er mir dann etwa sein neues Spielzeug vorführte, den Wendepflug. Bei der Heimfahrt saß ich auf dem Kutschersitz und hielt die Zügel. Und beim Abschirren setzte er mich aufs Pferd und ließ mich über den Hof reiten, zum Stall. Unterwegs konnte er unversehens mit der Peitsche in einen sandigen Seitenweg weisen. Dies, das ist die alte Poststraße nach Münster, oder? Siehst du den Hügel da? Darunter liegen die schwedischen Soldaten, begraben aus dem Dreißigjährigen Krieg. Er machte sich nicht viele Gedanken darüber, ob die mir zugedachten Weisheiten vielleicht noch über meinen Horizont gehen könnten. Einmal hielt er den Wagen an, um ein junges Pferd, mit dem ein Nachbar uns entgegenkam, genau zu inspizieren, wobei er mir allen Ernstes den Rat gab, den Pferden, genau wie den jungen Mädchen, stets auf die Fesseln zu schauen. Ein Jahrzehnt später, als Terzianer, habe ich einmal für den freien Aufsatz das Thema gewählt, mein Großvater. Dafür hielt ich ihn damals noch immer. Es war sein Kummer, dass wir auf unserem alten Münsterischen Gymnasium traditionsgemäß keine bunten Schülermützen trugen. Gar zu gerne hätte er, wenn ich in den Ferien zu Besuch kam, bei einer Fahrt in die Stadt einen richtigen Gymnasiasten neben sich auf dem Kutschbock gehabt. Und als er bei einer solchen Gelegenheit einmal nach dem Studenten gefragt wurde, mit dem er da gekommen sei, wusste er sich nicht zu lassen, verfreute und stolz darüber, dass man es also auch so gemerkt hatte. 1b. Unglücklicherweise sind wir beide ganz zuletzt, ich war schon einige Jahre Universitätsassistenz, im Unguten auseinandergegangen. Das hatte, wovon noch zu berichten sein wird, mit meinem jüngeren Bruder zu tun, der damals noch in den Windeln lag. Meine Großmutter hatte im Umgang mit ihrem ersten Enkelkind keinen ganz leichten Stand. Am liebsten hätte sie mich gewiss verstanden, wäre es allein nach ihr gegangen, maßlos verwöhnt. Aber nun, angesichts der in diesem Punkt ganz offenkundigen Unvernunft ihres Mannes, trat ihrem guten Herzen der gesunde Hausverstand der Bäuerin in den Weg. Und wenn ich sie um eine süße Birne bat, aus dem geheimen Bestand, um eine Handvoll Mispeln, die ich in ihrem Kleiderschrank versteckt wusste, oder gar um ein Glas Sprudel mit Zitronengeschmack, dann tat sie mir zwar jedes Mal den Willen, aber sichtlich wieder ihr besseres eigenes Wissen und selten anders als mit heftigem Kopfschütteln, manchmal unter lauten Selbstanklagen. Wer diese lebhafte, in ihren späteren Jahren etwas rundige Frau, mit dem feingeschnittenen Gesicht einmal im schwarzseidenen Sonntagsstaat und goldenen Schmuck bei einer sommerlichen Ausfahrt auf dem Rücksitz der offenen Kutsche gesehen hat, mag sich wohl darüber verwundert haben, dass sie in doch ziemlich engen Verhältnissen zu Hause war. Vielleicht auch hätte die Schuldentochter von einem der großen Höfe des Teutelburger Waldes, obwohl bereits gut 30 Jahre alt, wirklich nicht hierher geheiratet, wäre an der Familie ihres ersten Mannes, der übrigens neben der Bauernwirtschaft und der Schankstube noch einen Holzhandel betrieb, nicht doch etwas Besonderes gewesen. Aber da gab es etwa einen Sohn auf dem Lehrerseminar und ein Bruder war sogar Kaplan an St. Lamberti in Münster. Sie selbst scheint dann im Dorf gleichfalls rasch eine gewisse Sonderstellung zugestanden bekommen und wohl auch beansprucht zu haben. Von ihr zum Beispiel ließ man es sich sagen, dass man genug betrunken sei und dass es keinen klaren Schnaps mehr gebe. Und offenbar erhob sich keine Widerrede, wenn sie an der Theke drei bis vier Stunden vor Mitternacht Feierabend gebot. Auch in der Dorfkirche hatte sie ihre besondere breite Bank zum Gang hin als einzige mit einer kleinen Pforte verschlossen und deswegen von den Dörflern die Bettstier, die Bettstelle genannt. Viele Male habe ich es erlebt, dass von den Höfen und Kotten, auch aus den entfernteren Bauernschaften, eigens ein Kind oder eine Magd zu meiner Großmutter ins Haus geschickt wurde, um das Nümmerken zu holen. Sie sagte dann, nach kurzem Nachdenken, acht oder zwölf. Wobei sie das aber, so schien es mir, in eben diesem gleichen Augenblick aus eigener Machtvollkommenheit festsetzte. Und ich konnte es gar nicht oft und ausführlich genug erklärt bekommen, wieso dies mit dem lebendigen Rosenkranz zu tun habe. Dieses alte Gebet wurde nämlich in unserem Dorfe allabendlich vollständig gebetet, und zwar so, dass einzelnen Häusern abwechselnd eines von den 15 Gesetzen des freudenreichen, des schmerzhaften und des glorreichen Rosenkranzes zugewiesen wurde, durch niemand anders als durch meine Großmutter. Es waren von den Kirchgängern nur wenige, denen es zukam des Sonntags, nach dem Hochamt, den Weg in die Schankstube abzukürzen und vom hinteren Hauseingang her durch die kleine Wohnküche zu kommen. Hier saß dann neben dem Herd, die Handpostille des Prämonstratrensamönches Leonard Goffin aufgeschlagen, auf dem Schoß meine Großmutter und ließ die so Bevorzugten an sich vorüberziehen. Natürlich waren es nur Männer, Frauen gehen nicht ins Wirtshaus. Mein Platz war dann meist auf einer Fußbank neben dem Lehnstuhl der Großmutter. Vor allem wartete ich auf meinen besonderen Freund, den Schmied. Er war beim Choral in der Kirche der Vorsänger. Aber er sang auch in der Schmiede, die auf dem Wege zwischen dem Lehrerhaus und dem meiner Großeltern lag. Bis heute kann ich es nicht recht begreifen, wie er es zu Wege brachte, zugleich zu singen und den Hammer zu führen. Aber mein Gedächtnis täuscht mich hier nicht. Ich habe noch beides miteinander im Ohr, den Hammer, wie er nach dem ersten Schlag auf das glühende Werkstück hell auf den Amboss springt, und dazu den weit durch das Dorf schallenden Gesang. Meine Anwesenheit störte dabei nicht im Geringsten, wenn ich nur den sprühenden Funken nicht zu nahe kam. Vor allem rannte ich zur Schmiede, sobald mir der Geruch von verbranntem Horn in die Nase zog, dann gab es das Schauspiel zu sehen, wie ein Pferd ein neues Hufeisen bekam. Es war mir allerdings nie ganz geheuer, wenn der Schmied die großen Nägel, die er zwischen den Zähnen bereit hielt, einfach dem Pferde in den Fuß zu hämmern schien. Aber schließlich gab er wohlgelaunt dem Tier mit der flachen Hand einen Klaps auf den Hintern, und offenkundig war alles in der besten Ordnung. Wenn er mich dann dastehen sah, wie ich gerade in eine gewaltige Schnitte weißen Bauernstutens biss, konnte er in plötzlichem Erstaunen fragen, ob ich denn einen so langen Brief schon zu lesen verstünde. Oder er zeigte mit der Zange auf meine nackten Beine, was hast du denn da für schöne Strümpfe an? Eine besondere Sache aber spart er sich auf für den Sonntagmorgen. Nachdem er mit der Großmutter im Vorbeigehen ein paar Worte gewechselt hatte, warf er mit einem Male, als sei er durch meine Anwesenheit ganz und gar überrascht, die Arme in die Luft aus und rief schmetternd »Josef von Arimathea« und »Knicke Dausemaus«. Diese großmächtige Anrede ging mir jedes Mal durch und durch, zumal ich nicht recht wusste, was ich daraus machen sollte. Aber natürlich gab es in dem Dorfe nicht nur Freunde. Wenig willkommen fühlte ich mich zum Beispiel beim Bäcker, einem finsterblickenden Mann. Er sprach kaum einmal ein Wort. Dafür konnte er plötzlich zuschlagen. Er gehörte, obwohl der nächste Nachbar meiner Großeltern nicht zu denen, die am Sonntag den abgekürzten Weg durch die Küche nahmen. Immerhin war ich in seiner Backstube manchmal dabei, wenn er mit aufgekrempelten Hosen barfuß im Backtruck auf- und abmarschierte, um den Schwarzbrotteich zu kneten. Auch wenn der Großvater mich mitnahm in die Mühle, packte mich ein wenig die Angst. Dies undurchschaubar lärmende Gerüttelten der Mahlgänge und vor allem das Gedröhnen des Wassers, wie es über das Wehr hinunter stürzte, waren mir unheimlich. Wahrscheinlich hatte das mit der wiederkehrenden mütterlichen Warnung zu tun, heute darfst du nicht in den Bach, der Müller mahlt. Der Mühlenbach bildete die Grenze des Lehrergartens. Wir Kinder hielten ihn einfach für ein Stück davon. Für mich war dieses zu normalen Zeiten recht dürftiger Rinnensaal zugleich so etwas wie der Inbegriff von Abenteuer und Wuchern der Wildnis, worein man sich, obwohl noch immer in Rufweite der Mutter, eine Ewigkeit lang verlieren konnte, um schließlich todmüde, nicht selten auch triefend von Nässe, heimzukehren. Nur wenn der Müller das gestaute Wasser durch das Schutt ließ, war mir dies Paradies versperrt. Vom Ufer aus sah ich dann mit erschreckter Verwunderung die Kieselsteine und die Pflanzen und der schnellen grauen Wirbeln verschwinden. Als ich an die 30 Jahre danach zum ersten Mal die Traumdichtung von Konrad Weiß zu lesen bekam, in welcher eines leer gestorbenen Vormittages eine leibhaftig unreale Löwin lautlos die grüne Böschung herniederritt und dem angstverstummten Knaben mitten auf dem Bachsteg begegnet, da stand mir sogleich der Mühlenbach meiner Kindheit vor Augen. Traumartig ist in der Tat fast alles, was mir in den Sinn kommt, wenn die Erinnerung an diese frühen Jahre zurückzudringen versucht. Nur wenig datierbare Geschehnisse, kaum eine umrissklare Gestalt, dafür umso deutlicher die Wärme und das Abweisende menschlicher Stimmen, überhaupt die Begleitmusik zu all dem Widerfahrenden, das Unwägbar Atmosphärische der Bewandtnisse eher zu schmecken und zu riechen, als mit den Augen wahrzunehmen. Ich brauche nur, was freilich heute selten vorkommt, an einem taufeuchten Spargelfeld entlang zu gehen und schon ist mit zum Greifen gegenwärtig, wie es an einem Werktagabend auf der Dele im großelterlichen Hause zuzugehen pflegte. Wenn wir dieses stark riechende, frisch gemähte Grünzeug, das bei uns Spirk hieß, den Kühen in die Futtertröge warfen. Und genauso ist es mit dem Geruch von Lederzeug und dem Duft von Milchkeller, Heuboden, Kartoffelfeuer, Butterkirnen, frischem Schwarzbrot. Oder in den Mundwinkeln der Geschmack süßer Schlaftrunkenheit beim mühseligen Erwachen im heißen Mittagswald, wenn wir Tannäpfel suchten für den Winter. Oder auch Schwindel und Benommenheit vom Karussellfahren auf der Kirmes. Mit einer bestimmten Pfingstkirmes übrigens beginnt in meinem Gedächtnis die eigentlich historische Zeit. Lange war ich der Meinung, Pfingsten heiße überhaupt dasselbe wie Kirmes, weil diese nämlich in unserem Dorfe regelmäßig am Pfingstmontag begangen wurde und übrigens noch immer begangen wird, bis auf den heutigen Tag, wie jedermann nachlesen kann im Münsterischen Almanach. Am Pfingstsonntag stehen die Verkaufsbuden, die Schiffsschaukel und das Karussell zwar schon und der Zelttuch verdeckt bereit, aber erst am zweiten Feiertag, wenn die Leute aus dem Hochamt kommen, geht es los. Der Karussellbesitzer hat seine Pferdchen im Stall des Großvaters untergestellt, was uns das unglaubliche Privileg eines Dauerbilletts einträgt. Das Dorf selbst wird beinahe unsichtbar. Jedes freie Plätzchen ist mit einem Zelt besetzt. Ein paar Schritte von unserem Hause aus hat der billige Jakob seinen Stand. Ein äußerst wortgewaltiger Mann, dem ich immer völlig hingerissen zuhöre. Beim Mittagessen frage ich dann etwa die verdutzten Eltern, was heißt sich biegen wie eine junge Witwe? Mit diesen Worten hat der Jakob seine Spazierstöckchen aus Tonkingrohr angepriesen. Bei einer bestimmten Kirmes also, vielmehr am Pfingstdienstag danach, kam sehr früh morgens der Großvater zu uns und berichtete mit kläglicher Stimme, die Türken hätten seine ganze Wirtschaft zusammengeschlagen. Türken, so nannten wir mit Verachtung aber, wie ich später erfahren habe, nicht ohne einen gewissen geschichtlichen Anlass, die Leute aus einem der Nachbardörfer, die bei uns schlechthin als Krakeler verschrien waren. Ich ging damals schon zur Schule, hatte also Ferien und durfte mit dem Vater und dem Großvater mitkommen. Fassungslos erblickte ich dann die eingeschlagenen Fensterscheiben und die in Fetzen herabhängenden Gardinen. Den Fußboden bedeckten die Scherben von Flaschen und Gläsern, dazwischen faustgroße Chaussé-Steine. Die Großmutter saß verstört in ihrem Lehnstuhl und schwieg. Zweifellos hatte sie in dieser Sache ihre eigene Meinung. Ich tat mir etwas darauf zugute, beim Aufräumen mithelfen zu können. Es kam mir fast vor, wie eine polizeiliche Amtshandlung. Ein anderes Ereignis, an das ich mich lebhaft erinnere, fällt, es lässt sich genau nachrechnen, in die ersten Mai-Tage des Jahres 1910, vielleicht sogar auf meinen Geburtstag, den sechsten also. Doch werden Geburtstage bei uns nicht beachtet, wir feiern den Namenstag, schließlich ist man katholisch. Das Geburtsdatum meines Vaters wird sich mir tatsächlich erst einprägen, als er 60 Jahre alt wird und was dann doch, wie es sich gehört, begangen worden ist. In jenem Mai des Jahres 1910 also, wurde ich eines Nachts von meinem Vater geweckt. Er tat mir rasch einen Mantel oder eine Decke um und nahm mich mit in den dunklen Garten. Dort hob er mich auf einen Tisch und wies hinter mir stehend an meiner Nase vorbei in den Sternenhimmel. Da! Ein Komet! Ich fürchte, ich habe vor lauter Aufregung den hellischen Kometen gar nicht richtig erkannt und ausgemacht, dennoch werde ich ihn nie vergessen. Mit den bloßen Spielen den Tag über war es für mich damals schon vorbei. Stattdessen gab es mancherlei regelmäßige Arbeiten zu tun. Von der Schule, in die ich bereits vor meinem fünften Geburtstag geschickt worden bin, will ich war, um meinem Vater die untersten Schulklassen abzunehmen. Sie kam aus der Stadt, ihre Hände dufteten nach streng parfümierter Seife und sie hatte den ganz unerhörten Vornamen Theodora. Weit wichtiger aber als die Schule ist mir beispielsweise das allabendliche Einholen der Kühe von der Wiese auf dem Sandkampf. Für dieses Geschäft habe ich mir aus einer selbst geschnittenen Wacholder Gärte eine wunderbar knallende Peitsche gemacht, bei der es, wie jeder Fachmann weiß, vor allem auf die Kassione ankommt, auf das kurze Stück fein geflochtene Hanfkordel unten an der Peitschenschnur. Außerdem habe ich die Kühe, es sind natürlich nicht unsere, sondern die der Großeltern dazu gebracht, auf meinen Ruf hin aus dem entferntesten Winkel der Wiese von selbst langsam zu dem geöffneten Heck heranzutrotten. Der Ruf wird mehr gesungen als gerufen, wobei das letzte Wort eine Quinte höher liegt und solange der Atem reicht auszuhalten ist. Es versteht sich, dass ich bei der Heuernte dabei sein muss, aber auch beim Roggen einfahren und beim Dreschen. Meist lässt man mich mit nicht wenig Nachsicht in dem Glauben, den übernommenen Posten wirklich auszufüllen. Beim Strohpacken auf dem Dachboden, wir sagen auf dem Balken, ist das Tempo besonders schwer zu halten und die Mägde machen sich einen Spaß daraus, mich mit den rasch hinaufgereichten Garben völlig zuzuwerfen. 1C nach einem solchen Dreschtag findet man mich einmal mitten in der Nacht tief schlafend auf der Treppe stehen und aus Leibeskräften den Namen Paulineken schreien. Ich habe geträumt, unter das Stroh gepackt worden und dem Erstickungstod nah zu sein. Paulineken, auf obskure meine Schutz macht. Von allen meinen Ämten bereitet mir das des Ziegenhirten weitaus das tiefste Missvergnügen. Wir hielten unten im Lehrerhause eine Ziege in einem Verschlag, dessen Tür sich in dem zum Bach hin abfallenden Garten öffnete. So brauchten wir, das war der Grund, die frische Milch nicht zu kaufen. Ich fand es zwar wunderbar, von Zeit zu Zeit ein kleines gemacht, gegen jedes romantische Gerede von den Hirten. Zum Glück kam ab und zu mein Freund Helmers Pyth, mit dem ich damals viel zusammensteckte, zu mir hinaus auf die Holge, einen mit jungen Obstbäumen bepflanzten Wiesenstreifen, wohin ich meine Ziege meist zu führen hatte. Es kam vor allem darauf an, sie von den Bäumen wegzuhalten, auf deren saftige Rinde sie besonders erpicht war. Helmers Pyth war der Enkel des Küsters. Einmal nahm er mich zum Abendleuten mit in den Kirchturm, bis oben hinauf in die Glockenstube. Ich erinnere mich gut meines tödlichen Erschreckens, als der erste Anschlag des Geläutes, das sich von draußen wie sanfte Musik anhörte, mit völlig unvermuteter Gewalt dröhnend auf mich herabfiel. Später, als wir schon längst in die Stadt gezogen waren, habe ich in den Ferien dem uralt gewordenen Küste oft genug und mit Freuden das Geschäft des mittäglichen oder abendlichen Angelus Leutens abgenommen. Zum Herbst 1912 wurde mein Vater nach Münster versetzt. Natürlich war es für einen Dorflehrer eine sehr begehrenswerte Sache, mit den heranwachsenden Kindern in eine Stadt zu kommen, in der es höhere Schulen gab und nun gar eine Universität. Dieser Glücksfall jedoch von meinem Vater gewiss durch Arbeit und Tüchtigkeit wohlverdient, bedeutete zugleich für uns Kinder, aber auch für die Mutter eine Art Entwurzelung, einen auf die Dauer zwar gesunden, dennoch im ersten Augenblick kaum zu bewältigenden Schock. Wir waren inzwischen vier Geschwister. Meiner Mutter ging es nach der letzten, eben erst überstandenen Geburt nicht gut. Und von dem äußerst zarten Säugling, der sich nachmals zum besten Sportsmann der Familie entwickeln sollte, sagte meine Großmutter in bewegter Klage voraus, wir würden ihn gar nicht lebendig nach Münster bringen. Insgeheim hielt sie vielleicht das ganze Unternehmen für ein unweises Werk, wenngleich ihr im gegenwärtigen Falle dieser Lieblingsausdruck, den übrigens auch meine Mutter von ihr übernommen hat, sicher nicht entschlüpft ist. Die Dinge nahmen ohnehin ihren Lauf. Zum Schluss fand, ich weiß bis heute nicht wieso und warum, eine öffentliche Versteigerung unseres Hausrates statt, im Wirtshausgarten der Großeltern, eine mit der Hand hin und her zu schwenkende hölzerne Waschmaschine ist das einzige Stück, dessen ich mich entsinne. Sie sollte in der Stadt durch eine aus Zinkblech ersetzt werden. Vor allem aber stand die Ziege zum Verkauf. Freudig erregt und sogar mit einem Anflug späten Stolzes habe ich sie in der offenen Halle der Kegelbahn vor den Augen der möglichen Käufer zum unwiderruflich letzten Mal am Stricke auf- und abgeführt. Sie hat uns dann den Preis von 11 Talern weniger 50 Pfennige eingebracht. Die Ziffer habe ich im Gedächtnis behalten. Genau der gleiche Betrag von 32 Mark 50 war später alle Vierteljahr als mein Schulgeld an das Gymnasium zu zahlen. Von der Abschiedsfeier für meinen Vater an einem Sonntagabend kurz vor dem Umzug wurden meine Schwester und ich weinend nach Hause gebracht durch unser übrigens gleichfalls laut schluchzendes Dienstmädchen. Als die Eltern bei ihrer Heimkehr an mein Bett kamen lag ich noch immer wach und in Tränen. Bis in den Zweiten Weltkrieg hinein erinnerte Stich nach Leonardos Abendmahl an diesen Abschied dem scheidenden Herrn Lehrer die dankbare Gemeinde Älte. So lautete die Widmung. Damit also waren meine acht Jahre Kindheit auf dem Dorfe zu Ende. Die Abgeschiedenheit dieses Weltwinkels lässt sich heute kaum noch begreiflich machen. Zur nächsten Bahnstation brauchte man dreiviertel Stunden zu Fuß. Auf halbem Wege war mit dem Fährboot über die Ems zu setzen, wofern das nicht wegen des gar nicht so seltenen Hochwassers unmöglich war. Viele Male bin ich mit meinem Vater in die Stadt gewandert. Die Stadt war reine. Hin und zurück waren wir jeweils anderthalb Stunden unterwegs. Regelmäßige Verkehrsmittel gab es noch nicht. Dafür fuhren wir ab und zu, wenn einmal das Pferd gerade nicht gebraucht wurde, mit des Großvaters Kutschwagen. Das war etwas äußerst Rares und wirkte im Dorf wie eine Sensation. Sogar die Kaufleute und kleinen Unternehmer, die einige Male im Jahr aus Münster und dem Ruhrgebiet zur Jagd hier kamen, fuhren mit der Eisenbahn. Sie wurden von meinem Großvater, bei dem sie dann für ein paar Tage Quartier nahmen, mit der Kutsche vom Bahnhof Amstetten abgeholt. Dort führte eine Brücke über den Fluss. Die Jäger, das war für mich ein Begriff, der nach Reichtum roch und nach großer Welt. Um die etwaige Jagdbeute kümmerte ich mich wenig, außer Feldhühnern und Hasen gab es bei uns nicht viel zu schießen. Aber wenn sie am frühen Abend in der Viehküche am lodernden Feuer ihre von Feuchtigkeit dampfenden Kleider trockneten, wobei dann lärmende Anekdoten aufgetischt und dröhnend belacht wurden, dann war ich es, der ihnen immer neue Buschen aus dem Schuppen holte. Meist aber saß ich still in einem Winkel auf dem Melkschemel und sperrte Augen und Ohren auf. Einmal setzte sich der Landmesser aus der Kreisstadt Burg Steinfurt zu ihnen und zog seine nassen Socken aus, wobei ich mit maßlosem Erstaunen feststellte, welch unwahrscheinlich weiße Füße ein Seitagen war dann alles vorbei und das Dorf sank in seine weltvergessene Stille zurück, als sei sie nie gestört gewesen. Ab und zu freilich wurde sie auch einmal durch das Telefon unterbrochen. Es gab nur ein einziges im ganzen Dorf und zwar im großelterlichen Hause. Wo sonst sollte die Posthilfsstelle sein? Paulineken verstand es, sich beim Telefonieren durchaus routiniert und zuständig zu gebärden. Hier öffentliche Älte. Während die Großmutter, wenn sie etwa gerade beim Kartoffelschälen saß und das Telefon ging, noch immer meinte, sie müsse, bevor sie den Hörernamen zunächst einmal die Küchenschürze ablegen, wobei sie sich dann vor lauter Aufregung meist verhedderte. Ja, ja, nur wacht doch in Augenslag, ich komm, ich komm ja. Sehr selten, in der Zeit nach dem August 1914, freilich etwas häufiger, kam auch einmal ein Telegramm. Manche Leute nannten es gleichfalls Telefon. Wenn es sich gerade traf, machte ich mich damit zu Fuß und ohne sonderliche Eile auf den Weg und verdiente mir den postalischen Botenlohn. In dieser bäuerlichen Welt war schon durch den Gang der Jahreszeiten ihre selbstverständliche Regel aufgenötigt. Und dass die Nacht nicht zum Tage gemacht wurde, dafür sorgte das tägliche Arbeitspensum. Mit den Hühnern zu Bett, mit dem Hahnen schrei heraus. Das war zwar nicht wörtlich zu nehmen, aber eine bloße Redensart war es auch nicht. Alle Dinge schienen die ihnen zugemessene Zeit zu haben und den jeweils gebührenden Ort und die Menschen hatten ziemlich bestimmte, in manchem wohl auch etwas starre Vorstellungen von Ordnung, worüber allerdings so gut wie nie ausdrücklich gesprochen wurde. Dass zum Beispiel Kinder, solange sie noch zur Schule gehen, nach dem Abendleuten ins Haus gehören, darüber gab es, was wir manches Mal erfahren haben, einfach keine Diskussion, auch nicht am Kirmestag. Sehr viel länger übrigens dauerte auch die Kirmess selber kaum. Aus eben diesen Gründen, vielleicht auch trotz alledem, gedieh um uns her eine zwar nicht heile, beileibe nicht, aber doch auf eine besondere Weise vollständige, eine sichtbarlich komplette Welt. Nicht beschrien vom Geschwätz der öffentlichen Neugier und Langeweile waren die Elemente des Daseins den eigenen Sinnen samt und sonders leibhaftig fassbar. Garten, Acker, Fluss und Wald, Reifung und Misswuchs der Saaten, unter den Balken der Tenne die Schwalben, das Vieh im Stall, aber auch das unsichtbare Räubern des Iltis und der Ratten. Zwischen Säen und Mähen die ruhige Zeit und dann wieder die mörderische Plackerei der Erntewochen, die anschaubare Verfertigung der Gebrauchsdinge, Pflug und Ackerwagen, Tisch und Schrank, Zaumzeug und Hufeisen, Mehl und Brot, Geburt, Kranksein und Sterben unter dem gleichen häuslichen Dach, der sakramentliche Feldersegen und der Jahrmarkt, Brautwerbung und Totengeleit, in der Scheune die Mundharmoniker und das Brausen des väterlichen Orgelspiels in der Kirche, Rührseligkeit der Mägdelieder und die strenge Klarheit des Chorals. Der Reichtum dieser Kinderjahre ist offenkundig. Sind sie auch einfach in eine glückliche Zeit gewesen? Wahrscheinlich gibt es so etwas nur als gefühlvolle Selbsttäuschung des Sicherinnenden oder des Außenstehenden. Dem genaueren Hinblicken zeigen sich manchmal Ängste und Konflikte und beschämenderweise auch Grausamkeit, Lüge und Starrsinn. In meinem Falle kamen nicht wenige gesundheitliche Misslichkeiten hinzu. In unserem Dorfe gab es keinen Arzt und für Leibschmerzen und Darmstörungen ging man nicht eigens in die Stadt, auch nicht für eine Wurzelhautentzündung an den Zähnen. Eine schlimme Plage waren allwinterlich an Händen und Füßen wiederkehrende Frostbeulen, gegen welche die sonderbarsten Hausmittel im Schwange waren. Ich habe meine Füße sowohl in eine Rossäpfelbrühe gesteckt, wie in einen Absud von junger Eichenrinde. Noch heute sind von den talergroßen Wunden die Narben sichtbar. Wenn ich meine Hände daraufhin betrachte, zeigt sich mir freilich auch, glücklicheren Angedenkens, am linken Zeigefinger die Spur vom Biss eines jungen Habichts. Eines frühen unvergessenen morgens, noch bevor die Schule begann, hatte ihn uns ein Bauernbursche ins Haus gebracht.